Norddeutscher Rundfunk 2021 Hallo und herzlich willkommen zum Intifriday Night Game hier in Hannover! Musik Erster und jetzt zwei gegen eins, einer muss defusen. Oh, da sind viele Luftlöcher und da kommt Wasmester. Wasmester von Eraser gegen Seeu und da guckt er nur rüber. Ja, Felix holt den ersten. Jetzt muss er eigentlich nur auf Zeit spielen. Nein, er kriegt keinen, das ist natürlich wieder. Jetzt holt ihn noch auf den Spot, kann vielleicht noch ein, zwei holen, holt noch einen. Hol zwei, holt vielleicht sogar noch einen dritten. Und er holt den dritten sogar noch. Und los geht's in den Fight. Speedscore wurde gerade genutzt, wir sind es. Die erste Venchie geht sofort da und der Weltmeister wird hier gerade fokussiert. Aber der hat noch die Info-Potion dabei. Dann geht's auch direkt weiter auf die nächste Venchie. Nummer zwei fällt gerade in diesem Moment. Und dann hört sich immer wieder schreien. Nummer drei wird es auch in diesem Moment fallen. Das geht extrem schnell. Nummer vier geht auch. Da haben wir noch mal eine Coil hier. Aber die bringen natürlich auch nicht so viel. Momentan haben wir noch 51 Supply gegen 60 Supply. Healing Wave kommt hier noch mal durch. Und die heilt natürlich richtig gut. Da fällt aber jetzt gerade noch mal ein Windrider. Nächster Destroyer fällt gerade in diesem Moment. 42 Supply gegen 54. Ja, jetzt gerade noch mal Level zwei für den Licht. Aber der wird sofort fokussiert und fällt jetzt in diesem Moment auch direkt Hexe auf den Death Knight, dass er da nicht koilen kann. Und GG von HALA. Also ich kann hier nicht spielen. Das ist leider so. Und ich glaube, das hat mir das Spiel auch gemerkt. Und wenn ich nicht genug. If I would have given another chance I'd still ask her to dance Because she kept me waiting I'm fell in love with the girl at the Rock show She said one And I told her that I didn't know She's so cool Everything's better when she's alright Can't wait till the parents go out of doubt I fell in love with the girl at the Rock show Rock kriegt die Aua, was für ein Bett. Keine Chance für ihn hier. Und da kommt Puri rein. Sehr schön gemacht. Und Shidi hat die AWP und trifft. Und ist sofort blind. Jetzt verschießt er den zweiten. Chrisso und Barton sind natürlich auch noch am Spot. Chrisso hat jetzt aber den Headshot bekommen am Spot. Er ist dann noch Rock, 25 HP. Oh, das wird ein enges Ding. Shidi verschießt und er versucht jetzt unbedingt hier. Oh, Shidi holt sich die Runde. Oder will er ihn messern? Aber Seraph lässt das nicht mit sich machen. Und jetzt eins gegen eins Duell. Bad gegen Seraph. Oh, schöne Aktion von Bad. Ein sehr schöner Sprung, ja. Oh, jetzt wissen sie, dass er ein wichtiger Frag von Shidi. Und jetzt haben sie einen Ton in der Situation. Oh, Cash holt sich sogar noch den vierten. Sehr gut gemacht. GG. Ja. Scheuer. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020